Das kann doch nicht wahr sein, als ob ich dieses Korg-System nicht wieder finde. Mann ey, das gibt es doch gar nicht. Ne, das ist jetzt mein Kien, ne? Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Junge, geh da hin. Oh Gott. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Ja, wir müssen zurück zu unserer Basis. Und vielleicht bekommen wir endlich, 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 endlich diese Konstruktionsforschungsstation für unsere Basis. Damit, womit es eigentlich hätte lange schon anfangen müssen. Ja, äh, ich hab offscreen mit den Leuten in der Space Station schon geredet. Ich hab die Sprachen schon extrahiert aus ihren Körpern und Gedächtnissen. Noch ein bisschen was eingekauft und, ähm, ich hab noch ein drittes Bewegungsmodul dazu gekauft. Das heißt, jetzt sind wir richtig gut mobil unterwegs. Und, äh, ich wollte jetzt noch eben, bevor wir dann durch dieses Portal gehen, beim Missionsagent, Missionsagent, wir werden seinen Namen nie erfahren, glaube ich, wollte ich mal ein paar Missionen einreichen, die wir hier noch haben. Und da kriegen wir Units, Korvax, 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 Söldner ansehen, Valkin, Kaufleute ansehen und ein bisschen Kram. Was ich allerdings bei diesem Einlösen immer ein bisschen blöd finde, ist, dass man diese Animationen quasi ständig, ja, sich angucken muss. Also, leidet mit mir gemeinsam an diesem Angucken der Animationen für das Einholen unserer Belohnungen. Ach ja, ist das schön. Aber die Nanit-Belohnungen sind echt gar nicht so schlecht. Söldner gilt für Ansehen verbessert. Und das ist halt die Sache, man kann sich auf jeder Raumstation so viele beliebige verschiedene Missionen hiervon holen. Und die dann alle hier quasi einfach einreichen. Und dann kriegt man teilweise wirklich sehr, sehr guten Stuff daraus. So, und jetzt möchte ich bitte, dass du mir noch ein paar Missionen zeigst. Zum Beispiel Quantumbeschleuniger. Elf Kreaturen eliminieren. Das kriegen wir hin. Mache ein Foto auf einer stickigen Welt. Das kennen wir auch schon. So, und nochmal zehn Kreaturen eliminieren. Es ist halt die Sache, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, dass sich das einfach steckt quasi. Es steckt sich quasi einfach hoch. Das heißt, wenn ich jetzt elf Kreaturen eliminiere, mache ich die und die Missionen gleichzeitig und noch die von vorhin, von einer Weile, die ich mal angenommen hatte. Das ist halt die Sache. So, jetzt muss ich bei Protokoll erstmal wieder das hier auswählen. Denn jetzt müssen wir erstmal unbedingt zurück zu unserer Basis. Ganz wichtig. Nachdem ich dieses Schiff da gescannt habe. Ohne Grund. Weil es vielleicht ein S-Schiff sein kann. Nein, ist es nicht. Okay. Du warst der Kathografen. Bei dem kann man manchmal sich Belohnungen abholen. Kaufleute muss handeln, ist zu Geschäft anderswo. Also anscheinend nicht. Ne, können wir noch nicht. Der hat manchmal zwischendurch Belohnungen für uns. Deswegen, da manchmal nachzufragen, ist gar nicht so schlecht. So, jetzt aber endlich endgültig Richtung Basis. Und zwar hier hin. Bei diesem Test-Außenposten müssen wir uns noch Materialien wieder abholen. Weil dann nämlich noch eine alte Basis von unserem Quecksilber-Kram ist. Da müssen wir uns die Materialien noch zurückholen. Das werde ich auch tun. Bald. So, wir sind zurück. Hallo. Alte Basis, wie geht's? So, dein neues Zuhause erweitern mit Personal besetzen. Da ist er. Bauplan im Katalog aufgezeichnet. Terminal. Konstruktionsterminal. Jawohl. Endlich. Das heißt, wir können jetzt weitermachen bei unserer Basis. Habe ich auf diesen Moment gewartet. Habe ich auf diesen Moment gewartet. So. Alter, was ist das denn? Ähm, kannst du die bitte hier hinstellen? Genau. Da stellen wir die erstmal hin. Einen Basisaufseher anstellen. Jetzt beginnt es. So. Ähm, dazu. Potenzieller Aufseher-Rekrut. Ja, äh, ich würde aber tatsächlich gerne mir dann später selber aussuchen, welche Leute ich einstellen möchte. Das ist auch ganz wichtig. Hallo, verbuggtes Schiff. We meet again. So. Was geht denn hier so ab? Hier hat sich nichts geändert, ne? Hier ist immer noch das Gleiche. Nur zu wissen. Aber die Dinger kann man, glaube ich, wieder neu einholen. Ne, kann man nicht. So. Kauf mal ein Ida. Ja, mit dir kann ich aber auch nicht mehr interagieren, glaube ich. So, was ist eigentlich hier mit den Büschen? Sind die Büsche wieder zurück? Weiß ich nicht. Alter, was macht der denn da? Machst du einen Tanz? Komm, tanz mal für mich. Ja, guck mal. Wie geil. Na komm, spring. Spring. Oh, ich glaube, jetzt will er nicht mehr, oder? Ich glaube, er hat uns gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er könnte uns gesehen haben. Ja, was ist denn da? Da ist wieder Party. Und da hinten sind Trümmer. Das könnte vielleicht ein Frachter sein. Vielleicht waren wir da ja sogar schon mal. So. Heißt das, den Potenzial, den wir jetzt einstellen könnten, ist in diesem System? Sehe ich das richtig? Weil dann fliege ich da jetzt mal hin, ne? Und gucke mal, ob wir den einstellen können. Oder einstellen müssen. Ich weiß es nicht. Können auf jeden Fall. Müssen weiß ich nicht. Vielleicht sieht es die Quest ja vor. Ich hoffe nicht, dass wir, ähm... einen zugewiesenen Typen für unsere Exo-Fahrzeug-Bucht kriegen. Weil die ist nämlich schon reserviert. Für eine ganz bestimmte Person. Und ihr wisst genau, von welcher ich rede. So. War ich denn da auf dem Planeten schon? Das ist der... Das ist dieser unbelebte Planet. Und da soll ein Aufseher sein? Ne, glaube ich nicht. Das ist die Raumstation, oder? Das muss doch die Raumstation sein, oder? Ich komme! Hallo! Assistent Gaffia! Hey, was geht? Bist du es wirklich? Verzeih mir. Aber ich suche dich schon so lange. Ja, ich weiß. Das haben wir schon mal gelesen. Ich möchte dich bitte bei mir einstellen. Aber wirst du dich bestimmt drauf freuen, oder? Dieser Gag hat etwas Überzeugendes an sich. Er soll sich bei mir wie zu Hause fühlen. Na, na, viel Spaß. Ich werde an meinem Platz sein. Eher du dich versiehst, bis bald, mein Freund. Okay. Teleportiere dich fort. Ähm. Teleportiere dich fort. Ne, jetzt möchte er Schiffe verkaufen. Was sagt er denn jetzt eigentlich, wenn ich den nochmal... Ich werde an meinem Platz sein. Ja. Du sollst aber dich mal langsam beeilen, da, du... Offizier Gachame. Hier waren wir schon überall. Hier sind nochmal verschlüsselte Navigationsdaten. Die holen wir uns auch nochmal. Ähm. Joach, ich würde mal sagen, dann kehren wir jetzt zurück zur Basis. Und gucken mal, was... Der liebe Aufseher so von uns möchte. Ui, ich wurde gerade im Flug unterbrochen, weil ich anscheinend irgendwas entdeckt habe. Da schwebt so ein Schiff. Walter Viserie, fast Etu-Ipro-Schiff. Noch bevor ich jetzt was sagen kann, hat der Pilot bereits sein Fach... ...herzeichen es vorbereitet. Er scheint begiert darauf zu sein, Geschäfte zu machen. Okay. Das habe ich noch nicht erlebt. Äh. Äh. Hi. Ähm. Äh. Hä. Was willst du? Soll ich dir was abkaufen? Möchtest du unbedingt was haben? Hä? Was? Ich check gerade nicht, was du von mir willst. Möchtest du, dass ich dir Geckrelikte abkaufe? Weil da kann ich nämlich... ...Standing rauskriegen. Dann mache ich das. So, okay. Und da war anscheinend noch irgendwas. Vielleicht ist nämlich was auf der Karte markiert. Ich weiß nicht genau. Irgendwo hier war noch was markiert. Hä? Komisch. Ganz, ganz komisch. Oh, das habe ich noch nicht erlebt. So, hier sollte... ...irgendwas Interessantes noch sein. Tritium Hypercluster. Ne, das wird es nicht sein. Ähm. Okay. Das war weird. Das habe ich noch nicht erlebt. Interessant. Meine Bedrohung. Jetzt kommt... Was ist denn jetzt hier los? Ich will doch nur... Kopfgeld. 100.000. Ach. Ne, weißt du was, Alter? Ich will eigentlich meine Basis weiterbauen. Ich will mich doch nicht jetzt die ganze Zeit immer nur ablecken lassen. Mann. Kann doch nicht sein. Gefahrensstufe. Weitestgehend harmlos. Ja. Passiert mich aber nicht. Ich will jetzt endlich meine Basis bauen. Oder zumindest weiter mit der Basis voranschreiten. Meine Güte. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich meine Basis weiterbaue. Es versucht mit allen Mitteln, mich davon abzuhalten. Mit wirklich allen Mitteln, die es hat. Mann, ey. Unglaublich. Kann doch nicht wahr sein. Menschenskinder. So. Ich müsste nochmal... Auch mal anfangen mit dem ganzen Strom verlegen und so. Wenn ich mal diese Lagercontainer da in Angriff kriege. So, Assistent Gaffia. Da bist du ja. Hast du dich eingearbeitet? Du musst noch so viel lernen. So viel sehen. Und dieser Ort wird uns in der Unendlichkeit als Zuhause dienen. Jawohl. Nimm dieses Glas und lass das Sternlicht unter fröhliches Zuhause erleuchten. Ich nehme Glas. Neues Rezept gelernt. Frostkristall 40. Jawohl. Aber man kann ja Glas auch anders herstellen. Ähm. Ich kann nicht. Okay. Am Ende bringt alles... Bringt alles... Dringt alles durch Glas hindurch. Aber dafür ist genug Zeit. Es gibt andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ja, das weiß ich. Wenn du chromatisches Metall sammelst, kann ich damit ein Wissenschaftsterminal für eine Korvax-Entität kalibrieren? Ja. Mein Volk hat den Korvax großes Leid zugefügt. Darum bitte ich dich, nett zu ihnen zu sein. Ja, das ist kein Ding. Der Aufseher bittet mich als Vorbereitung auf die Rekrutierung eines Korvax-Wissenschaftlers chromatisches Metall zu sammeln. Ja, bitte. Assistent Gafia macht sich bereits nützlich. Ein Wissenschaftsterminal. Ein neuer Korvax als Gast. Und das alles für eine Handvoll chromatisches Metall. Ja, das chromatische Metall, das habe ich sogar hier. Und das kann ich, glaube ich, sogar noch herstellen, weil ich habe hier nämlich aktiviertes Kadmium rumfliegen. Das könnte ich ja eigentlich mal, während ich schon mal dabei bin, hier in meine Raffinerie packen. Die dreht auch schon ordentlich los hier. Mache ich damit eigentlich Profit? Ich meine sogar fast schon ja. Ja, machen wir mal. Bis es fertig ist, dann haben wir auf jeden Fall erstmal für eine Weile genug. Ich habe Gag-Relikte. Willst du Gag-Relikte haben? Habe ich frisch geklaut. So, hallo. Das chromatische Metall, mein Freund. Hast du es? Ja, es ist noch nicht ganz klar, was für eine Beziehung wir haben, aber es ist offensichtlich, dass dem Gag meine Tatenlosigkeit zu schaffen macht. Ich spüre, dass er große Pläne mit mir hat. Ich schätze, das ist nur natürlich. Er muss aufgrund eines mir unbekannten Paktes hier bleiben, während ich nach den Sternen greifen kann. Hä? Der Aufseher ist darauf bedacht, dass ich mit meiner Mission fortfahre. Sorry? Ich habe doch dein chromatisches Metall. Hä? Okay. Da bist du ja wieder reisender. Diesmal hast du die benötigten Materialien doch sicher dabei, oder? Ja, ich hatte sie vorhin auch schon dabei. Du hast sie aber anscheinend nicht gefunden. Der Aufseher spricht mit einem seltsamen Ton, mit dem er andeuten will, dass diese Begegnung bereits stattgefunden hat. Ich erinnere mich nicht an ein derartiges Treffen. Ich frage ihn, wer ihn dafür bezahlt hat, mir zu dienen. Er lacht und behauptet, mein Kind hätte das getan, viele Jahre in der Zukunft. Ich habe ein Kind? The Plot Thiggins. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Der Aufseher fragt mich nach dem chromatischen Metall. Ja, hier, habe ich. Bitte, nimm es an dich. Perfekt, mein Freund. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das ist genau, was ich brauche, um die Pläne für das Wissenschaftsterminal fertigzustellen. Ja, no. Und das werden wir gleich auch direkt bauen. Dazu muss ich mich allerdings erstmal wieder bewegen. Ja. In unserer Gier haben wir das Universum vermüllt, Reisender. Und dieser Planet bildet da keine Ausnahme. Aber aus dem Müll kann man eine Menge machen. Begib dich zu einer verlassenen Struktur und besorge Daten aus den Terminals. Ich werde sie dafür benutzen, Pläne für einen Lagerbehälter zu entwerfen. Bei einem Gag ist Assistent Gaffia sehr nachdenklich. Er scheint die Gier, die sein Volk charakterisiert, nahe zu bedauern. Er wünscht sich aus den Überresten des Alten etwas Neues zu machen. Ist das auch nur eine versteckte Form der Gier oder etwas anderes? Hmm. Ich plädiere doch auf ganz viel Gier. Was auch immer sein Motiv sein mag. Der Aufseher behauptet, ich würde in einer nahe gelegelten Struktur Daten für einen Lagerbehälter finden. Okay. Du wirst es nicht bereuen, mein Freund. Ich habe für dich einen Ort markiert, der nur darauf wartet, ausgebeutet zu werden. Ja, super. Aber erstmal baue ich das wunderbare Wissenschaftsterminal. Zack. Hallo. Hallo, Wissenschaftsterminal. Ich baue dir hier so ein bisschen... erstmal so hintereinander in Reihe auf, dass das hier quasi so eine Art Arbeitsraum wird, glaube ich. Und dann hier hinten wird halt erstmal... Ja, ich denke mal einen Lagerraum oder sowas. Mal sehen. Weil hier nach hinten kann ich dann die Basis nämlich auch... noch... die jeweiligen Richtungen ausweiten. Das heißt, ich könnte dann da zum Beispiel in der Mitte so eine... freie Ecke oder so lassen. Das würde funktionieren. Hmm. Ich finde es halt nur schade, dass wir hier kein Wasser haben. Weil ich wollte auch mal irgendwann mit Unterwasser... Basis teilen. weitermachen. Ich würde eigentlich hier mal... Hier kann man... Man kann doch... Man kann doch... Man kann doch... das hier tun. Sag ja. Mach mal. Genau. Hier kann ich jetzt nämlich was... holen, glaube ich. Konstruktionsdatenbank Archive durchsuchen. So, und hier müssen wir was kriegen jetzt. Okay. Mein Ex-Anzug hat mich zu einem abgestürzten Raumschiff geführt. Jetzt geht das schon wieder los mit dem Drogenkram. Steuerung reagiert auf meine Berührungseingabe. Und ich muss davon ausgehen, dass er mir... dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch an etwas davor erinnern. So, was kriege ich? Baupläne. Basistechnologie extrahiert. Pläne für den Speicherpunkt wiederhergestellt. Während man zur Verwaltung des eigenen Fortschritts bauen kann. Okay. Na dann. Noch was? Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginnt mit der Datenfragmentierung des nächsten Segments. Alles klar. Dann wünsche ich dir dabei mal viel Spaß. So. Dein neues Zuhause erweitern und mit Personal besetzen. Das habe ich, glaube ich, getan, ne? Erstmal. Rekrutiere einen... Rekrut... Rekrutiere einen Korvaks-Wissenschaftler. Für deine Basis. Ja. Ich weiß, das müssen wir tun. Aber ich glaube, der Konstrukteur, der hatte noch was, ne? Hier, wissenschaftliche Forschung. Fortschrittliche wissenschaftliche Forschung. Einen Basis-Wissenschaftler einstellen. Okay, also beides das Gleiche. Ja, dann tun wir das mal. Dazu müssen wir aber erstmal hier wieder unsere... Portalgeschichte in Gang setzen. So, ich werde mal diesmal zum... Treibstoff... Ähm... Gehalt hier Sauerstoff einfügen. Weil davon habe ich nämlich viel mehr als Kohlenstoff aktuell. Aufmerksamkeit. So. Damit die Batterie hier nämlich loslegt. Ist dann eigentlich sofort der Strom aus, wenn ich, äh... Ja, der ist sofort aus. Alles klar. Aber ich komme ja quasi instant wieder zurück. Das heißt, dann kann ich das ja wieder verwalten. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich das letzte Mal gewesen bin. Ich würde ja gerne vielleicht ein paar... Infos haben. Ne, die Kurima war es nicht. Das war Ed Sushi, genau. Das war die neue Station, ne? Der... Da, wo es Sushi gab, nämlich. Meinen nicht zumindest, dass es die war. So, und da dürfte es doch bestimmt den Korrax-Wissenschaftler geben, ne? Ähm... Ne, das ist falsch. Das ist kein Korrax-System. Das ist ein Gag-System. Na toll. Geh nochmal zurück. Wir müssen dieses Korrax-System finden, wo wir das letzte Mal waren. War es die Sabakara? Oh, ich weiß es nicht mehr. Kiruma war es nicht, das weiß ich. Sabakara. Was? Es war Sabakara, oder? Probieren wir es nochmal da. Da müsste das Korrax-System sein. Richtig. Richtig. Nicht richtig. Ich glaube, schon wieder falsch. Experimentell, mittellos, kritisch. Nee. Gag. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Warte mal, kann ich bei dir vielleicht Missionen holen oder so? Nee. Okay, dann äff dich. So. Komm, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Loganesus 1. Äh. Be-Punkter. Ist das vielleicht ein Korrax-System? Meine Güte, ey. So kompliziert. Jetzt sage ich, das ist schon wieder ein Gag-System. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst? Hä? Ich kann doch nicht nur ein Gag-System gewesen sein. Geh, Sushi. Was? Du's. Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Als ob ich dieses Korrax-System nicht wieder finde. Mann, ey. Das gibt es doch gar nicht. Nee, das ist jetzt mal Kien, ne? Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Junge. Geh da hin. Gott. So, jetzt aber. Korrax. Ja, das sieht noch Korrax aus. Ach, Gott sei Dank. So. Hier muss es einen Wissenschaftler geben. Bin mir sicher. Der muss, glaube ich, auf einer anderen Seite sein. So, und wehe nicht. Wehe nicht. Dann. Aus. Ich flippe. Was warst du? C. Nee, danke. So. So, hier dürfte es doch einen Wissenschaftler geben, ne? Forschung ist Entität E-Panol. Alle sollten innen, aber nicht Trennung. Das ist kein Typ für Wissenschaft. Du bist kein Wissenschaftstyp. Bist du ein Wissenschaftstyp? Die freundlich begrüßende elektronische Lebensform verlangsamt sich plötzlich. Sie zapft ihre persönlichen Daten an, während sie die Lichter im Gesicht weiten und die internen Systeme abstürzen. Datenflüsse zeigen, wie sich die Energie langsam dem Ende neigt. Verlust, Hilfe, Organisch. Unter den Schmerzen in ihren Steckplätzen in ihrer Hüfte ein. Die Hülle wird teilweise wieder mit Energie versorgt. Der Kovacs nickt höflich, scheint sich jedoch ein wenig zu schämen. Wenn er solche Bitte gestellt zu haben, er überreicht mir zum Dank ein Geschenk. Oh, 74 noch nie. Moment. Äh. Einen Basiswissenschaftler einstellen. Ja? Ist hier keiner? Wo soll ich denn einen finden, bitte? Personal besitzen. Rekrutiere einen Kovacs-Wissenschaftler. Reife mit Escape-Optimissionsprotokoll und wähle wissenschaftliche Forschung aus. Ja, habe ich getan. So, und weiter. Freunde, das ist ein Kovacs-System. Wissenschaftler müssen doch in Kovacs-Systemen spawnen. Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Ich habe eine Idee. Okay, wir tun folgendes. Wir reisen in ein neues System. Vorzugsweise, wenn ich es hinkriege, vielleicht ein Kovacs-System. Und da müssen wir dann doch den Wissenschaftler finden. Richtig? Oder richtig? Ich hoffe es für dich, dass es richtig ist. So, auf geht's. Feuer. Feuer. Also, es kann doch nicht so schwer sein. Emeril. Achso, das war ein Event-Planet, glaube ich, ne? Ein Event-System. Gab's denn nicht einen Planeten mit aktiviertem Emeril? Nur, mich wieder ein bisschen abzulenken. Von der eigentlichen Aufgabe. Romatischer Nebelplanet. Ja, da waren wir schon mal drauf. Dann gibt es noch dich. Stützen-Planet. Und dann gab's noch da hinten etwas. Aktiviertes Emeril. Verdammter Jade-Planet. Da will ich ehrlich gesagt mal erkunden gehen. Verdammter Jade-Planet. Da ist auch Wasser drauf. Hohe Wächter-Aktivität. Und da gibt es aktiviertes Emeril. Hm. Schauen wir mal vorbei. Ich wurde mal wieder bei meinem Flug unterbrochen. Der Händler ermittelt sein Frachter-Verzeichnis. Bitte? Der Händler ermittelt sein Frachter-Zeichen. Er hat eine seltsame Sammlung offenbart. Sein Frachtraum ist voller Relikte. Gegenstände von Wert für sein Volk. Er scheint bereit zu sein, sich von ihnen zu trennen. Um Relikt feilschen. Da bräuchte ich einen Corvats-Konvergenzwürfel für. Phosphor habe ich ziemlich viel. Das kannst du haben. Das Relikt ist den geforderten Preis wert. Ich bin mir zwar nicht sicher, wofür es eigentlich gut ist. Aber diese Gegenstände werden von den Leuten dieses Systems hochgeschätzt. Von Gag stammenden Eiern. Joa, okay. War jetzt kein schlechter Deal. Aber jetzt bin ich ein bisschen weniger Phosphor. Jetzt bin ich ein bisschen weniger... So, Moment. Mich erweckt ein geistesblitz. Ähm, ähm, ähm Ich möchte Was wollt ihr jetzt? Ich hab's irgendwie voll verplant jetzt gerade Der Planet ist weg Aber da ist irgendwas Achso, da fliegt dieses Gedönsel, oder was? So, da ist der Planet Okay So, dann sehen wir uns jetzt auf dem Planeten wieder Mein Gott Alter Was geht denn bitte hier ab? Hier ist eine kleine Basis Hier lande ich mal Allgegenwärtige Toxine Durchsetzungsfähig Viel nicht vorhanden What the fuck ist das, Alter? Ich kenn das, ich hab das schon mal in nem Das war schon mal bei nem Event Planeten Hm Hallo Was zur Hölle seid ihr denn? Eins von Fünfzehn Lebensformen gibt es hier Wow Okay Das wird interessant Dann würde ich mal sagen Boah Guck ich mir diesen Planeten mal Beim nächsten Mal ein wenig genauer an Und dann würde ich mal sagen Beende ich das hier erstmal Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Vielen Dank fürs Zusehen Und Wie immer Ciao Okay Ciao Musik 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 Bis zum nächsten Mal.